Das Tolle bei Schmale ist in erster Linie das Betriebsklima, dass wir ein Familienunternehmen sind, was sehr innovative Aufgaben in Angriff nimmt, dass es immer spannend ist, immer neue Aufgaben gibt und Spaß macht mit den Leuten zu arbeiten. Warum arbeitest du eigentlich gerne bei Schmale? Weil ich morgens früh aufstehe und dann eigentlich das mache, was ich mein Leben lang gemacht habe, nämlich gerne sowas basteln. Gibt es irgendwas Gutes bei Schmale hier? Eigentlich fast alles. So was fragst du mich? Ja. Aber natürlich arbeite ich sehr gerne bei Schmale und ich arbeite sehr gerne bei Schmale, weil die Kollegen sehr nett sind, man hier das Wissen miteinander teilt und das Arbeitsklima einfach stimmt und die Arbeit viel Spaß macht, weil es abwechslungsreich ist. Ich arbeite auch sehr gerne hier bei Schmale, ja. Ich kann genau das gleiche bestätigen, was Fabian gerade gesagt hat. Füge noch hinzu, dass hier echt verdammt viele gute Leute sind mit sehr viel Know-how und die auch gerne arbeiten gehen, die Lust und Spaß an ihrem Job haben und alle zusammen an einem Strang ziehen. Also für mich macht besonders viel aus, wenn du mal irgendwie ein kleines Problem hast, egal was für eins, da steht irgendwie jeder für jeden ein. Du gehst runter in die Halle, fragst irgendwen und kriegst auf jedes Problem, was du hast, auch wirklich die passende Antwort. Da ist nicht einer, der sagt, nee, hab gerade keine Zeit, sondern ja, die wird geholfen, egal wo, egal wann. Ja, interessante Aufgaben, wie gesagt, super Team. Das ist, denke ich, für alle das Wichtigste hier, familiäres Umfeld. Jeder tut sich, alle helfen einander. Das ist eine super Sache. Ich fühle mich hier wohl. Arbeitest du gerne bei Schmale und warum? Super, mega familiär, man kommt gerne hier hin. Das ist super Arbeiten, super Arbeitsklima, super Arbeitskollegen, alles Töfte. Ist das wahr? Ist wahr, hundertprozentig. Ich bin jetzt seit fünf Monaten hier und das ist wie eine kleine Familie. Bei der Firma Schmale arbeite ich sehr gerne. Einmal, weil es ein sehr zukunftsorientiertes Unternehmen ist, so wie ich finde. Und außergewöhnlich nette Arbeitskollegen, hilfsbereite Arbeitskollegen. Mitarbeiterförderung wird hier auch sehr groß geschrieben und gutes Essen. Also für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich gehe jeden Morgen sehr, sehr gerne hier arbeiten. Weil man sich immer wieder was Neues erlebt und es einem nie langweilig wird. Und die Kollegen sind natürlich hier dahin. Also das Essen ist super. Ein klasse Team. Die Arbeit macht eigentlich mega viel Spaß. Ich komme gerne hierhin. Ich mache hier gerne Überstunden. Ja, es ist halt ein klasse Team und es ist ein super Arbeitgeber.